So. Nein. Kopf gerade. Kopf gerade. So. Und schaukel nicht hin und her. Das verwackelt dann. Ja. Du musst einfach ganz gerade stehen. Nein. Mach mal so. So. Nein. So. Stell dich mal einfach ganz locker hin. Ganz cool. Locker. Locker und ganz cool. So. Nein. Nein. Okay. Moment. Moment. Jetzt gucke ich mir mal eure Bilder an, die ihr gemacht habt. Und jetzt will ich natürlich schauen. Hä? Die sind doch alle unscharf. Aber so wie ihr die ganze Zeit hier am Grinsen seid, gehört ihr eher vor die Kamera. Und so wie du dich vor der Kamera und stellst Gerüstung eher, geht ihr die Kamera. Damit ihr trotz fehlender Termine in Kindergärten und Grundschulen schöne lebendige Fotos erhalten könnt, biete ich euch für die nächsten Wochen folgende Alternative an. Ab sofort könnt ihr mehrmals die Woche kostenlose Mini-Shootings bei mir buchen und mit eurem Kennwort euch dann einloggen in eure persönliche Galerie und die Fotos ganz beliebig bestellen. Weitere Infos findet ihr auf meiner Website Johannes Minus Han Okay Wir haben uns wieder auf der Seite. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.